Musik 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 Was wir heute machen oder gemacht haben, das ist mit dem Ochsensport für Nike, ein kleines Einführung Crossfit, wo wir die Leute ausgebildet haben und gezeigt haben, was ein Crossfit, was es ist, was es für ein Lifestyle ist und vor allem auch, was der Brand so in der Zukunft wird machen. Musik Musik Wir haben ein Intro gemacht, einen kleinen Vortrag über das, was wir sind als Menschen, wie wir uns entwickelt haben, was für Bewegungen wir machen sollten und was wir können, wie wir essen sollten und wie wir uns bewegen sollten. Musik 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 Es war super, wir konnten es nicht besser machen. Ich denke, wir haben super mitgemacht. Und vor allem eine glückliche, verschwitzte Gesichter jetzt am Schluss, das ist das Wichtigste.